Duchels Enttäuschung, gibt 100 Erklärungen oder auch keine. Der Mittwochabend war für den FC Bayern ein verspätetes Halloween-Fest. Trainer Thomas Duchel hoffte ernsthaft auf den Einzug ins Finale in Berlin, doch der Rekordpokalsieger unterlag in der zweiten Pokalrunde dem 1. Für den FC Bayern ist die deutsche Meisterschaft schon fast ein Muss, doch der Wunsch nach dem der FB-Pokal wird immer größer. FC Saarbrücken, 1 zu 2 Seit Deutschlands Sechsdorferfolg im Jahr 2020 darf der deutsche Rekord- und Pokalsieger nicht mehr im Olympiastadion in Berlin feiern. Und eines ist sicher, um diesen Moment zumindest zu würdigen, müssen wir bis 2025 warten. Minuti sah es so aus, als würde das Pokalspiel gegen den 1. Tucheln, wir haben alles versucht bis zur 96. FC Saarbrücken in die Verlängerung gehen, doch dann zeigte Marcel Gauss eine perfekte Leistung und katapultierte den Drittligisten ins Achtelfinale. Der sichtlich erkrankte Thomas Duchel griff ans ARD-Mikrofon und fasste mit großer Bestürzung den bizarren Verlauf der Partie zusammen. Es ist nicht so, dass wir keine Chance auf den Sieg gehabt hätten. Wir waren arrogant und haben das Spiel auf die leichte Schulter genommen. Wir haben alles versucht, aber der letzte Schuss aufs Tor war eine bittere Pille. Erster Schock durch Dillitt. Ich kann Ihnen 100 oder gar keine Erklärungen für die Pokalniederlage geben. Anders irritiert hat ihn die frühe Verletzung von Matthias Dillitt, sagte Tucheln. Es ist das gleiche Knie, die gleiche Kapsel. Es ist im Moment sehr schmerzhaft, erläuterte der Coach, der mit Konrad Leimers Einwechslung in der 24. Minuti erfolglos eine kreative Lösung wählte, es ist eine komplett neue Formation. Alle haben Recht, die sagen, wir müssen trotzdem gewinnen. Es ist dann einfach sehr bitter, weil wir es nicht mehr gut machen können. Wir sind alle super enttäuscht, die Fahrt ins Olympiastadion fällt aus. In Berlin wird einzig die alte Försterei besucht, wenn das Bundesligaspiel gegen Union am 20. April kommenden Jahres ansteht. Wir sind alle super enttäuscht, wir wollten mit aller Macht nach Berlin, konstatierte Toche. Wir gratulieren dem Gegner. Mehr blieb an diesem Abend nicht mehr übrig. Es ist, wie es ist. Und zweit.